Dieser Mann hat es. Er vereint Klasse, Stil, guten Geschmack und besonderen Charakter. Das Beste ist für ihn gerade gut genug. Ein Mann mit Charme und Personality, der sich wohlfühlt in den Metropolen dieser Welt, der sich auf jedem Parkett bewegen kann. Und er fährt den richtigen Wagen. Für Männer seiner Klasse gibt's nur ein Auto.